Es ist Sommer, es ist Urlaubszeit und es ist eine super Entscheidung, dass du heute wieder bei unseren Gedanken dabei bist, den Gedanken im August. Mit dem Gehen habe ich das heute richtig ernst genommen. Ich bin unterwegs, ich habe mir die Schuhe geschnürt und ich möchte Neues entdecken. Wisst ihr, dass ich das unglaublich gerne mache? Ich laufe los und ich weiß nicht immer, wo ich ankomme. Wandern, das gehört für mich schon lange dazu. Als Kind und als Jugendlicher war ich bei den christlichen Pfadfindern, bei den Rorangers. Da ging es darum, den richtigen Pfad zu finden, den richtigen Weg. Manchmal sind wir ganze Tage und Nächte lang gelaufen. Natürlich haben wir Pausen gemacht und irgendwo haben wir unser Lager aufgeschlagen. Manchmal wussten wir gar nicht, wo es lang geht und wo wir am Abend sein werden. Doch immer wieder habe ich die Erfahrung gemacht, der Weg war gut und wir haben ein Ziel gefunden. Dass auch mein Leben mit Gott eine Wanderung ist, auch das habe ich in der Zeit damals gelernt. Und ich habe gelernt, dass Jesus der treueste und der beste und der wunderbarste Begleiter in meinem Leben ist. Dass er mit mir geht, dass er meinen Weg führt. Und auch wenn ich ihn nicht kenne, er weiß, wo es lang geht und das Ziel, das ist immer ein gutes. Ich erinnere mich an Nächte im Schlafsack. Man wacht frühmorgens auf, die Sonne weckt einen. Ich bin früh aufgebrochen und ich suche meinen Weg mit Gott. Christen aller Zeiten haben das Leben mit Gott als eine Wanderung verstanden. Menschen pilgern, Menschen machen sich auf den Weg, um etwas Neues zu entdecken, um herauszukommen aus dem Alltagstrott und um in der Stille, im Unterwegssein, Gott zu begegnen. Wenn so ein neuer Tag beginnt, gerade jetzt in der Urlaubszeit, wenn die Ruhe da ist, dann ist die Frage, wie geht dieser Tag eigentlich los? Was stelle ich an den Anfang eines neuen Morgens? Ist es das Smartphone oder ist es die Bibel? Womit beginne ich meinen Tag? Was ist der erste Gedanke, den ich an einem neuen Morgen fasse? Ich erwische mich selber immer wieder dabei, dass es dieses hier ist und merke immer wieder, wie gut es ist, wenn es dieses hier ist. Wenn ich aus den Worten lebe, die Gott mir mitgibt, wenn ich in der Bibel lese und wenn ich nicht nur das höre, was ich jeden Tag in den Nachrichten höre, was mir Sorge bereitet, was mir Angst macht. Der Theologe Karl Barth, der hat einmal gesagt, wie ich beten soll, das lerne ich durch die Bibel. Was ich beten soll, das erfahre ich durch die Zeitung. Oder heute hätte er vielleicht gesagt durch das Smartphone. Für uns Christen braucht es beides. Wir sind nicht weltfremd. Und doch finden wir unsere Kraft nicht durch das, was wir jeden Tag in den Nachrichten, in der Zeitung hören, sondern wir leben durch die Worte, die Gott uns zuspricht. Und ein gelungener Morgen ist ein Morgen mit der Bibel, mit Gottes Wort, mit seiner Ermutigung, mit dem, was er mir mitgibt auf meiner Wanderschaft. So, auf der Wanderschaft, da kommt man immer wieder an verschiedene Wegkreuzungen. Und dann ist die Frage, wo geht mein Weg eigentlich hin? Gehe ich nach links? Gehe ich nach rechts? Gehe ich geradeaus? Wenn ich das Ziel nicht kenne, ist es manchmal gar nicht so einfach, sich für den richtigen Weg zu entscheiden. Auch in meinem Leben gab es immer wieder solche Wegkreuzungen, wo ich überlegt habe, wo gehe ich denn jetzt hin? Wie mache ich weiter? Was ist jetzt dran? Und oft habe ich gegrübelt und gegrübelt und gegrübelt und wusste nicht, was ist die richtige Entscheidung. Irgendwann habe ich gemerkt, und ich glaube, es war Gott, der es mir klar gemacht hat, es kommt gar nicht so sehr darauf an, welchen Weg du gehst, sondern es kommt darauf an, wie gehst du diesen Weg, mit welchem Gepäck, was hast du dabei. Der Weg ist ja unsere Zukunft. Das, was vor uns liegt, das kennen wir nicht. Und die Frage, was die Zukunft bringt, die ist zweitrangig. Wichtiger ist die Frage, wie gehe ich in die Zukunft? Was nehme ich mit? Welche Ausrüstung habe ich, um in der Zeit bestehen zu können? Ganz egal, was da kommt. Momentan ist das ja so eine Zeit, in der wir einfach mal Pause machen, in der wir einfach mal zur Ruhe kommen. Und ich kenne so viele Leute, die gesagt haben, diese Corona-Zeit, die hat mir geholfen, mich auf das Wesentliche konzentrieren zu können, zu sehen, was ist wirklich wichtig. Welches Gepäck brauche ich wirklich und welcher Ballast ist vielleicht einfach überflüssig. Wenn ich wandere, dann ist es wichtig, dass ich meinen Rucksack richtig packe und dass ich nicht die falschen Sachen dabei habe. Vielleicht brauche es solche Zeiten, um mal zu entdecken, was ist eigentlich Schwachsinn. Was brauche ich nicht auf der Wanderschaft? Wird aussortiert. Brauche ich auch nicht. Und so manch anderer Ballast kann auch zurückbleiben. Ich brauche die richtige Ausstattung. Und das Leben als Christus fordert mich immer wieder dazu heraus, zu fragen, was ist es eigentlich, was ich brauche und was ist überflüssig. Die Älteren unter uns, die kennen und lieben, ist das Lied vom goldenen Wanderstab. Ein goldener Wanderstab wird besungen und irgendwann kommt die Auflösung. Dieser Wanderstab, das ist der Glaube. Das ist das Vertrauen auf Gott. Das ist das, worauf ich mich stützen kann, womit ich unterwegs sein kann, gerade auch in schwierigen Zeiten. Gott verspricht uns nicht, dass wir immer über leichte Wege gehen. Aber er ist immer bei uns. Und das ist das beste Equipment. Das ist die beste Ausstattung. Der Glaube. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Was für eine Botschaft, Gott ist König. Was für ein Auftrag, das Menschen bringen zu dürfen. Und was für eine Lebensaufgabe, dafür unterwegs zu sein. Dafür lohnt sich jede Wanderung. Ich möchte unterwegs sein und anderen Menschen Gott zeigen. Es gäbe so viele Gründe, resigniert zu sein. Es gäbe so viele Gründe, auf dem Sofa zu sitzen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, loszugehen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit, aufzubrechen und davon zu reden, dass es einen gibt, der alles in der Welt, die ganze Welt in seiner Hand hält, der das Leben von jedem Menschen kennt und der es gut machen kann. Nicht alles ist gut in der Welt, aber als Christen kennen wir den, der gut ist und der jedes Leben und jeden Lebensweg führen kann, verändern kann, ob wir das wissen oder nicht, ob wir das immer mitkriegen oder nicht. Nicht alles ist gut, längst nicht alles, aber einer ist gut. Und diesen Guten, diesen wunderbaren Gott in die Welt zu tragen, dafür laufe ich los. Am Abend des Tages frage ich mich, wann werde ich endlich da sein? Wann ist das Ziel erreicht? Ich erinnere mich an Wanderungen, da sind wir tief in der Nacht angekommen, alles war schon dunkel und ich drängte die Frage, wann ist es soweit, wann bin ich da? Manchmal müssen wir eine Ehrenrunde drehen, doch irgendwann ist das Ziel erreicht. Ich kenne das Ziel, ich weiß, wo ich hin will. Ich will einmal bei Gott ankommen. Wie das genau aussehen wird, das Ziel, das weiß ich nicht, aber ich kenne den, der jetzt schon am Ziel angekommen ist. Denn es gibt einen, der ist mir auf meiner Wanderung vorangegangen und das ist Jesus, das ist mein Freund, mein Herr, mein Begleiter in allen Lebenslagen. Du darfst ihm nachfolgen, du darfst auf seinen Schritten wandeln und du darfst Schritt für Schritt erkennen, er hat die Wege schon vorbereitet. Du gehst auf vorbereiteten Wegen. Einen besseren Wanderweg kann es eigentlich gar nicht geben. Ich möchte schließen mit den Versen eines Liedes, das mich ermutigt, mutig voranzugehen. Jetzt ist die Zeit, Gott die Ehre zu geben. Jetzt ist die Zeit, Gott als König zu ehren. Wenn es je an der Zeit war, für Jesus zu leben, dann jetzt. Wenn es je an der Zeit war, alles zu geben, dann jetzt. Jetzt ist die Zeit zu erobern. Jetzt ist die Zeit, mit Gott vorwärts zu gehen in Kraft. Dein Reich kommt mit Macht. Zeichen und Wunder geschehen. Licht durchbricht die Nacht. Gefangene werden frei. Dein Reich kommt mit Macht. Die Pforten der Hölle erbeben. König der Herrlichkeit. Du herrschst in Ewigkeit. Dein Thron steht fest für immer. Die Pforten der Hölle erbeben. Die Pforten der Hölle erbeden in der Hölle erbeben.